Steht hier angeschlagen, Baba. Komm mal her, bitte. Hier ist ein Mammut zu sehen. 28. Februar bis zum 3. März Eiszeit. Ja, gut. Ja, Winterkrieg war. Hier ist ein Mammut zu sehen. Mammut, voll Mammut wieder sein, voll Mammut. Das sind zwei Tauben. Die fliegen jetzt in den Baum hinein. Oh, ich kann bei der Kamera nicht näher heranzoomen. Das geht nicht. Weil das ist ein Live-Video, da kannst du dich näher heranzoomen. Da geht es wohl, ich weiß es nicht. Muss es aber ausprobieren. Wo sitzen jetzt die Tauben? Ich kann sie jetzt schlecht sehen. Oh, Tauben. Ja, durch die Äste kann ich die Tauben sehr schlecht erkennen. Mama, kommst du mal bitte. Ich kann die Tauben schlecht sehen. Doch, die hast du gerade am Fliegen gesehen. Ja, aber ich kann sie nicht sehen.